Danehm. So, der andere Baby schießt, ne? Ja. Du machst auf Full Range bei mir mein halbes Schiff weg, ne? Meine Kugeln fliegen nach Mexiko. Die sind sogar weiter geflogen als die Range-Anzeige. Okay. Da frage ich mich, what the fuck, wo kommt die Steuerung? Das ist ja noch schlimmer als der Turm gestern. Versuchst du mal ne Graf Spree? Spree, ne? Mit einem Turm zu spielen. Mein Bruder hat gesagt, du redest zu viel. Soll er herkommen? Der hat das Video geguckt. Aha. Der ist zehn. Was willst du denn hier? Bist du ein Kind verprügeln? Kennst mich. Ich verprügel alle das. Eben nicht. Ach, ich bin kinderfreundlich. Ich mag keine Kinder. Was? Warte mal, Skip heißt nicht A, ne? Skip heißt überspringen. Also von allen in den Inselketten lang, die bei A sind. Weißt du nicht, was überspringen heißt? Ja. Rüberspringen. Woom. Ich vergesse manchmal die englischen Wörter, ja? Weil Englisch mich eh nicht interessiert. Ich weiß auch nicht, warum ich das Spiel auf Englisch anhabe. Achja, weil die stimmt sich geile anhören. Ich kann schon kein Englisch und dann kommst du mit sowas? Weißt du was, was das Traurige ist? Ich hab in den Englisch-Test damals, ne? Ich hab immer in der Englischstunde geschlafen, ne? Bei der Abschlussarbeit schreib ich eine 2. Aber was witzig ist, ich mach ja jetzt vor allem... Moment, eigentlich bin ich fertig mit dem Wirtschaftsabitur. Und da hatten wir das Schulfach Excel. Ich konnte mich einfach permanent zurücklehnen und nichts machen, weil mein ehemaliger Mathelehrer in der kompletten 6. bis 10. Klasse war ein Lateinisch- und Excel-Fan. Der war stellvertretender Schulleiter und der hat extra Laptops für die Schule angeschafft, nur damit er uns Excel beibringen konnte. Und alle anderen haben es überhaupt nicht gerafft und ich so... Ja, das machen wir so und so, fertig, eins. Mal schauen. Warum zum Fick bin ich der Einzige, der NC fährt? Ich glaub ich sollte mal ein bisschen weiter zurückfahren. Die Alsace ist stehen geblieben. Also fährt rückwärts und vorwärts die ganze Zeit nur. Ich red hier als und... Ja, bisschen HE schießen mit den Dingen erstmal auf Entfernung, weil die alle scheiße stehen. Eine ISU. Geh ich jetzt auf, wenn ich schieße? Ja, ne? Ja. Ist klar. Woher wissen die, dass ich schieße? Haben die alle Beschussalarm? Ich glaube, ich schieße in meiner jetzigen Situation lieber mal nicht. Aha, nur Abraller. Warum sind die alle da oben bei A? Ich hab keine Ahnung. Ist wohl doch gesagt CW. Joa. Ja gut, dann nehm ich das Ding jetzt hier halt ein. Wie will ich wohl an dieser Insel vorbei kommen? Eh, vorhin ist es ein DD. Höh? Einen Groten mehr hinter Dieser Insel zu parken! Ye ¿e? Komm schon! Wo sind die brennen viermal Bismarcks? geht doch ein feuer immerhin hat er direkt dabei ich habe nix dabei alles eine neptune ne neppe neppe im nebel eine neppe neppe da fahren wir doch mal hin statt die set 52 hilft kennst du die in der tunia serie ach da ist ne baltimore mit drin die aus dem rohr doch weicht doch nicht aus du nudel ich habe eher mehr angst hast du hydro ja ich hab hydro jo ist an neppe neppe guten tag als ob hast du auch nicht getroffen ne ich hab getroffen aber so robust kann die doch wohl nicht sein wohl doch neppe neppe guck mal die brennt durch meine secken denn um 15 als ob bei dir bei der neppe neppe hr 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 und ich klicke sie nicht an? Boah, der Top... der Top-Winkel der Izumo ist... äh, der Ibuki ist aber auch scheiße. Ach, der Top. Das sagst du ein bisschen früh. Ja, ich sehe sie jetzt erst. Aber ich kann, glaube ich, ausweichen. Ja. Oder... ja. Okay. Biu! Machst du die Izumo? Ja. Der Top-Winkel ist so blöd. Man muss sie ja richtig breit stehen. Sonst trifft man damit gar nicht. Yo, nur Abraller. Nö, ich treff dich schon. Hab sich jetzt mal angezündet. Kann man ja mal machen. 8000? Hab ich eigentlich noch Second-Levy? Ich hab keine Second-Levy mehr! Na sowas. Hier ist eine Yamato. Yamato! Oh, da mach ich noch Schaden drauf. Oh, die Top-Winkel. Seid brav. Ohohohoho. Hast du gerade die des Moins gesehen? Nö. Aber die hat ordentlich kassiert, wie ich jetzt so wie's man sieht. Ja. Hab ich gemacht. Fein. Kannst ja doch was. Ja, da versterb ich durch HE. Hey, wieder 100k Damage. Ja. Wie viel Reichweite hab ich um? Ach, 19. Ferg. Ah, wir werden ja wohl nicht gewinnen. Schuss. Bin ich der einzige, der irgendwie immer tankt? Warum tankst du denn mit nem Kreuzer? Ja, ich hab nen BB. Echt? Ja. Ich bin dein leichteste BB und tanke mehr als ne Kurfürst, der eigentlich für tanken da ist? Au. Hier ist ne Edinburgh. Ey, was hat mir meine Sackabas erschossen? Mit einer Salve aber auch noch irgendwas, ne? Warte mal, hab ich nicht die Edinburgh zerstört? Hat Neb 2? Ne, das war ne Neptune. Oder was ne, ich weiß es nicht mehr. Neppe, neppe. Aber also sehr schönes Schiff, die Republic, finde ich. Boah, die Edinburgh ist aber auch weich wie sonst was. Ja, sogar mit Array kannst du Zitters machen. Ja, 5 Zitters auf einmal. Man schießt einmal Phantom, eine Zitter in den Arsch rein, mit dem Turm weg. Alleine ich zerstör den Turm und mach ne Zitter und ich zerstör ihn, ne? Das muss man jetzt mal hinbekommen. Aber die Sack von den Franzosen ist ein Albtraum, oder? Nicht Franzosen. Der hat jetzt kein manuelles Feuer drauf, ne? Puff und weg. Ich verstehe nicht, warum die nicht manuelles Feuer drauf machen. Ey, die sind dann so geil, die Sack-Navy-Geschütze. Was ist das erste Mal, als mir wirklich mal die Sack runtergeschossen wurde? Muss ich zugeben. Hm, das hört sich aber auch nicht oft bei ner Musashi. Bei 100k Schaden ist auch schön wieder. Als ob. Ich mach mit dem Schiff dauernd 100k. Das ist das einzige Schiff, mit dem ich da mit den Durchschnitt halte. Ich hab 3 Zitters, 29 Schüsse, 70 Second-Debby und 4 Brände. Oh, ich hab ne Yamamoto-Aufgabe fertig. Oh yeah, ich bin dritter. Das ist ja mal was seltenes. Das ist ja mal was seltenes. Ja, hab ich den auf dem 5. geschafft. Das ist ja mal, was das besucher! Ich hab das an, auf dem 4 Sack. Ich hab das meine Güte gehört. Das ist ja mal, was das Stück. Das ist ja mal so gut.